hallo herzlich willkommen zur weiteren folge heute mit dabei der wesox und natürlich wieder handcam am start denn heute will ich euch etwas zeigen und zwar wurde ich in den kommentaren öfters gefragt wie ich denn so jittern würde und ja das zeige ich euch jetzt gleich erstmal deswegen ja mal nehme ich jetzt auch erstmal kein equipment weil ich vielleicht fehlen könnte weil ich dann sofort no shift versuche und zwar ich lege meinen daumen auf den mittelfinger auf den daumen den zeigefinger und manchmal noch den ringfinger auf dem mittelfinger so dass eine kleine vibration entsteht und dass ich so schöne zehn klicks pro sekunde schaffe die reichen erstmal dafür ich weiß wie es geschafft mehr aber es ist mir so ziemlich egal rot schwitzt auf one sec nur so btw ich schaffe mehr halt heraus wieso schaffst du das endlich mit zehn cps ich schaff das nicht ich hoffe doch weil ich habe gerade verkackt wir haben schon wo ich sie einfach bin da bin da bin da bin da bin da bist du da willst du okay achso der ist schon da ich dachte er wäre tot ich habe ihn gar nicht gesehen verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich lol wie hat der Block noch abgebaut der Block hat sich einfach noch abgebaut als er weg war naja das hat natürlich swag das hat richtig swag ja ich hoffe das hat man jetzt halbwegs gut gesehen ich werde es gleich vielleicht noch mal versuchen ich weiß auch dass ich nicht der beste darin bin das braucht mir auch keiner sagen aber alles klar du bist anhörtlich nicht der beste darin er stehe jetzt nicht ernsthaft auf dem dach von der mitte und spammt mit dem bow ja doch tut er wesuchs ja willst du das übernehmen oder soll ich das übernehmen was den wichser in der mitte zu eliminieren mit dem bow auf dem dach mach du machst deine aufnahme der ist down du jude der ist da der ist da der ist da zu set na gut dass er so schlecht ist hätte ich jetzt auch nicht gedacht hauptsache da der ist da der ist da ja sorry ja der war ja auch da man aber ich hätte nicht gedacht dass er so scheiße ist um sich vor vor sich blöcke zu placen alter die bauen einen P-Weg zu uns wie soll ich das wieder sehen kommen tun sein wollen kack sorry scheiße ich bin so schlecht ich bin so schlecht ey kotty 13 jahre alt ist schlecht 14 13 14 13 muss ich mich jetzt wieder um meine akzeptierung als 14 jährige akzeptierung yo nice deutsch die akzeptierung die gute alte wieso fähle ich dann beim letzten block alle jungen das ist wieder so eine richtig spannende runde wo ist er wow ich sehe ihn nicht wo ist er bloß wo ist er das ich weiß nicht wesux ey dort mir einfach nie da blitz bist du das da von unserer base äh bitte dort ja ist da oben einer ja dauert nein hast du ihn ja ja mann ich war ein koop aber du hast dein bestes gegeben besorgs halt dein maul oder so ist gleich so richtig so du hast dein bestes gegeben aber du warst trotzdem scheiße du bist du richtig huren sonnig gleiche kotty blau kommt wieder, pass auf, er geht zu blau, ne er geht doch nicht zu uns, okay er gönnt sich halt er geht zu uns viele cps gleich wenig knockback das habe ich auch schon herausgefunden zu viele cps gleich kick aufkommen nicht, da wird man nur zurückgepackt ich werde auch manchmal gekickt dann steht der server wenn previously down because of your super high clicks because you are so sexy because your ac come on, come on, turn the radio on the saturday and open door and i'll fail my name put my high heels on das high heels jaaa kotty is crackit, fragezeichen, ausrufezeichen jetzt hätte es wie ja sagen müssen jaaa cool lol das hörte sich so gar nicht nach wesux an gerade cool cool das hörte sich voll anders an wirklich jetzt ich weiß ich verstehe meine stimme ja auch wenn wirklich gehört das hat meine echte stimme aber die hört irgendwie wie ja lols juden lol er hat uns gleichzeit ah ne es war ein anderer ich spam bei ah lol ok dann kommt jetzt kotty op kotty ep meinst du ne ne op ok dann kommt kotty op ach gott ok kotty vielleicht doch nicht so op ne jo ich kann einfach seitlich brislein aber rückwärts verkacke ich instant das hat natürlich wieder sinn seitlich brislein ist aber nur schäften ja also one sec seitlich brislein you know sag mir wenn die kommen hab nur einen runter nice one button laden der ist auch richtig schlecht haha ok jetzt hör kacke ich auch wieder naja ich hoffe man kann es so halbwegs sehen und es reicht ansonsten keine ahnung 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 warum singe ich eigentlich wenn du hier langweilig ist keine ahnung es steht scharfe scharfe op das ist Fragezeichen also Wohlzeichen vergessen kotty Fragezeichen ausgezeichnet pfff lelz lol das war jetzt grad schon Hackerlike was für Hackerlike ac kriegst du den? easy hast du ihn? jaja klar ggwp intense ich gib das mal ja ich wollte grad sagen alter ja er hat den Bug benutzt damit ich nicht den Kill bekomme gg nicht naja ich hoffe euch hat die Runde gefallen wenn ja lasst doch einen Daumen nach oben da schaut doch bei dem lieben WSUX vorbei und ja ansonsten würde ich einfach sagen ja hi genau links unten in der Beschreibung hast du noch was zu sagen zu sagen nicht zu schreiben tschüss tschüss ok Leute bis zum nächsten Mal und schön mit euch tschüss tschüss tschüss